November 1918 wird sich nicht wiederholen. Niemals! Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen. Das waren exakt seine Worte. Keiner hier kann ihn ersetzen. Keiner. Der Führer ist der Führer. Der Führer hat die Fassung verloren, er wird sich wieder fangen. Na prächtig. Und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Fest steht, wir können nicht kapitulieren. Das wäre niemals im Sinne des Führers. Und wir sind seinem Willen verpflichtet. Das sind doch alles hohle Phrasen. Wir müssen jetzt handeln. Sonst haben wir jede Chance verspielt. Sie wollen doch nur Ihren Kopf halten. Ich verbitte mir diesen Ton.